Ah, schon wieder Probleme. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wir lösen hier Probleme. Wir haben hier keine. Okay, und diesmal jetzt wirklich Spaß beiseite. Neues Spiel, jeder kennt das Ganze. Ihr wollt über die Brücke gehen, alles funktioniert wunderbar, so wie ihr das wolltet. Aber dann habt ihr auch die Idee, dass ihr auch unter derselben Brücke durchgehen wollt und das Problem lösen wir, wie ihr seht. Funktioniert das Ganze bei mir wunderbar. So, wie lösen wir das Ganze? Das ist eigentlich ganz easy peasy. Als allererstes sehen wir hier die leere Map. Ich setze mal hier den Startpunkt, weil der ist momentan auf der anderen Map, auf der fertigen. So, zum Beispiel da hin. Wir haben jetzt diese Map hier. Ohne Brücke, nur die zwei Steine. Und wir haben noch eine zweite Map, die hier so angedockt ist, spielt keine Rolle. Die ist dann nur für die Teleporter, um das dann auch nochmal zu demonstrieren. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Brücke mappen, ganz normal, wie wir das Ganze kennen, wir gehen dazu in die dritte Ebene und machen jetzt hier die Brücke drauf, zack, bumm, fertig. Okay, kein Problem. Aber wenn ich jetzt starte, wie gesagt, kennt sicherlich jeder, kann ich nicht durchgehen. Ich kann zwar drüber gehen, aber nicht durch. Und das ist natürlich ein großes Problem, das viele haben, weil sie dadurch im Mapping eingeschränkt sind und ein paar Sachen nicht tun können. Und das Ganze wollen wir jetzt beheben. Als allererstes habe ich die Brücke wieder entfernt, wie ihr seht, weil wir werden sie nicht mappen, sondern wir werden es per Events machen. Das Ganze sind sehr viele Events, aber ihr werdet sehen, das ist leichter, als man vielleicht denken könnte. Wir machen ein paar Events. Okay. Das Problem an der Sache, wenn ich ein Event mache, kann ich als Grafik nicht auswählen, Kachelset A, nur B oder C, aber nicht A. Das ist wieder ein Problem, was wir haben, aber das lösen wir ebenso. Wir gehen dazu in die Datenbank, haben dann hier draußen im Kachelset, draußen, ich habe hier draußen zwei extra gemacht, haben wir hier draußen. Und da wähle ich jetzt D, wie Dora und wähle mir jetzt Outside A5, glaube ich. Genau, und hier ist die Brücke drauf und die brauchen wir, ja. Und dann haben wir es auf D und bei D können wir die Grafiken rausnehmen, aber bei A leider nicht, komischerweise. Aber das spielt keine Rolle. So, gehen wir zu D, da müssen wir noch etwas ändern, weil wenn ich hier auf A gehe und bei Durchgang vier Richtungen stelle, seht ihr, hier die Pfeile nach oben und unten fehlen, damit ich nicht von der Brücke einfach runterlaufen kann. Und das Ganze machen wir jetzt auch. D, wir machen hier die Pfeile weg, da und da. Können wir das natürlich bei Eis auch machen, falls wir eine Eisbrücke wollen, können wir hier an den Seiten auch noch machen. Und so weiter und so fort. Macht das einfach genauso, wie es dann hier bei A ist und das Ganze dann hier bei D. D, übernehmt das Ganze, drückt auf OK und schon haben wir im Mapping-Modus hier ein D und können hier auch die Brücke ganz normal mappen. Wollen wir natürlich nicht, wir wollen es ja per Events einfügen. Wir fügen es also per Events ein. Als allererstes klicken wir hier einfach drauf, haben ein Event Nummero 1. Wir nennen das Event, ja, wir lassen es einfach bei dem Namen, spielt jetzt für uns erstmal keine Rolle. Könnten sie es auch Brücke nennen oder so, oder Brücke 01 etc. pp. Spielt für uns jetzt keine Rolle, lasse ich jetzt einfach mal so. Wählen als Grafik nun Kache-Set D und die Brücke oben. Weil die Brücke besteht ja aus zwei Teilen, einmal oben, einmal unten und sogar ein drittes Teil, Mittelteil, wenn ihr drei Felder hoch machen wollt. Oder vier oder fünf Felder hoch machen wollt. Also eine Zahl höher als zwei. Gut, dann haben wir hier die Brücke. Okay, das Ganze ist natürlich keine fertige Brücke. Wir brauchen die kompletten Events. Aber wir machen erstmal dieses Event fertig, bevor wir die anderen machen, weil das werden wir dann einfach kopieren, werdet ihr gleich sehen. So, wie machen wir das Ganze, dass ich einmal über der Brücke und einmal unter der Brücke gehen kann. Jetzt ist die Priorität auf Untercharakter gestellt. Jetzt kann ich drauf gehen. Kann ich auch nochmal demonstrieren. Jetzt kann ich drauf gehen. Und ich kann ganz normal drauf gehen. Okay, so ist es ja technisch gesehen gewollt. Nur, dass hier eine komplette Brücke sein soll. So ist es ja gewollt. Und wir machen jetzt noch eine zweite Seite. Wir kopieren die, fügen die ein und machen auf der zweiten Seite oder auf der ersten Seite, das spielt jetzt keine Rolle, machen wir Priorität über Charakter. Also einmal auf der einen Seite Untercharakter und auf der anderen Seite Übercharakter. Dann gehen wir auf die zweite Seite und stellen eine Bedingung ein. In dem Fall Untercharakter. Das heißt, in dem Fall bedeutet das, dass der Charakter auf die Brücke drauf gehen können soll. Wir nennen den Schalter also ganz einfach auf Brücke oder so oder auf Bridge oder On Bridge. Wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Auf Brücke nenne ich das Ganze jetzt. Spielt ja auch keine Rolle, wie ihr das Ganze nennt. Oder ihr nennt es nur Brücke. So, wenn der Schalter aktiviert ist, kann ich nun auf die Brücke gehen. Und wenn er nicht aktiviert ist, gehe ich unter die Brücke. Das können wir auch nochmal testen. Jetzt ist er ja logischerweise nicht aktiviert. Wir können ganz normal unter die Brücke gehen, was wir vorher nicht konnten. Und wenn ich jetzt F9 drücke, den Schalter anschalte, kann ich auf die Brücke gehen. Wunderbar, alles funktioniert. Damit ist die Brücke schon mal fertig. Wir können alles kopieren. Wir drücken einfach STRG-C. Also markieren das Event, drücken STRG-C. Oder rechtsklick kopieren, steht auch nochmal hier CTRL-C. Kopieren. STRG-V ist einfügen. Hier rechtsklick steht das dann auch. So, hier einfügen. STRG-V. Oder CTRL-V. Und zack, 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 zack. Da haben wir schon mal die erste obere Hälfte fertig. Und jetzt die untere Hälfte. Da machen wir dann einfach das untere Stück. Zack. Und zack. Und das kopieren wir jetzt auch nochmal eine Runde rum. Und haben jetzt schon die Brücke fertig. Und können das Ganze gleich mal testen. Jetzt kann ich unter der Brücke durchgehen. Zack. Wir testen das Ganze mal. So. Unter der Brücke durch. Alles klar. Mit STRG gedrückt gehaltener STRG-Taste kann man übrigens auch einfach so überall langlaufen. Nur so rein zur Info. Und wenn ich das Ganze auf anschalte, kann ich dann wunderschön über der Brücke langgehen. Das mit der STRG-Taste geht übrigens nur im Modus, im Testmodus, wenn ihr das Ganze mit RPG Maker startet. Gut. Das funktioniert schon mal. Aber wie schalte ich jetzt um? Wie schalte ich jetzt um, dass das Ganze auch so funktioniert? Ganz einfach. Ich stelle hier an der Treppe oder an irgendeinem anderen Durchgang, den ihr habt, der zur Brücke hinführt, erstelle ich jetzt zwei Ereignisse. Ein Ereignis stellt den Schalter an. Das ist das obere. Das schaltet den Schalter an. Auf Brücke. Auf Spielerberührung. Und das andere Ereignis, ich kopiere jetzt einfach dasselbe nochmal. So. Stellt auf Spielerberührung das Ganze aus. Wieso und weshalb das Ganze jetzt gleich funktionieren wird, werdet ihr gleich sehen. Ich kopiere die jetzt einfach mal einmal rüber und habe jetzt zwei Wege, die hochführen. Und das Ganze können wir jetzt gleich mal testen. Ist ganz easy zu verstehen, werdet ihr gleich sehen. So, jetzt kann ich einmal unter der Brücke lang gehen. So, wie das so gewollt ist. Und wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, wird an dieser Stelle der Schalter ausgeschalten. Aber der ist ja bereits ausgeschalten, spielt für uns jetzt gar keine Rolle. Und an dieser Stelle wird er jetzt angeschalten. Wenn ich jetzt F9 drücke, ist der Ganze auf On. Also, sobald ich hochgehe, wird er automatisch auf On geschalten. Ich kann jetzt über die Brücke gehen. Kann nicht runterfallen, weil ich ja hier in der Database die Pfeile weggemacht habe. Für nach unten und oben. Kann nicht runtergehen. Also, wenn ihr den Fehler habt, dann wisst ihr, woran das liegt. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, wird der Schalter angeschalten. Aber ist er ja bereits. Und wenn ich hier draufgehe, wird er wieder ausgeschalten. F9. Und er ist auf Off. Und ich kann unten durchgehen. Das heißt, wir haben das Problem bereits gelöst. So einfach ist das. Und ihr müsst eigentlich nur darauf achten, dass an der richtigen Stelle der Schalter an oder aus ist. Also, wenn ich unten durchgehen können soll, muss er aus sein. In dem Fall. Und wenn ich oben drüber gehen will, muss er an sein. In dem Fall. Könnt ihr natürlich auch vertauscht machen. Je nachdem, wie es für euch jetzt am besten ist. Spielt eigentlich an der Stelle keine Rolle. So, wenn ich das Ganze jetzt etwas anders haben möchte. Wenn ich jetzt theoretisch auf die Map komme, aber an verschiedenen Stellen auf die Map kommen kann. Zum Beispiel oben und unten. Jetzt kann ich zum Beispiel, habe ich hier eine Map, eine zweite Map, rein hypothetisch. Und wenn ich hier hochgehe und dann teleportiert werde auf diese Map hier oben. Dann möchte ich, dass die Brücke nach oben begehbar ist. Okay. Und das ist sie ja momentan nicht. Wenn ich hier einen Spieler-Startpunkt setze. Starte. Jetzt hier lang gehe. Und dann kann ich nicht über die Brücke gehen. Weil der Schalter nicht angeschalten wurde. Und das ist natürlich ein kleines Problem. Und da gehen wir einfach in das Event rein. In das Teleport-Event. Und erstellen hier über SE einfach Schalter steuern. Einzelnen auf Brücke an. Und schalten den einfach auf an. Und dann, mehr ist das gar nicht. Kopieren das Ganze mal kurz. Fügen das hier auch ein. Zack. Und dann geht das auch. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass an der richtigen Stelle der Schalter an oder aus ist. Das müsst ihr vielleicht ein bisschen rumprobieren. Wenn ihr das so durch Überlegen nicht einfach rausfindet. Aber einfach durch Probieren findet ihr das dann auf jeden Fall raus. Wie das Ganze richtig einzustellen ist. Gut. Das war es tatsächlich schon. Im nächsten Video. Ich werde nämlich noch einen zweiten Part dazu machen. Werde ich das Ganze noch erweitern. Und werde noch dafür sorgen, dass die Brücke transparent wird, wenn ich unten durchgehe. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf den nächsten Part. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und wenn Fragen sind, dann könnt ihr diese in die Kommentare schreiben. Tschüssi.